Aft gegen Hundem Semi-Kolonke-Ausschluss Der Aft-Vorstand beantragte vor Monaten den Ausschluss des Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke. Nun mehren sich die Stimmen in der Partei, das Verfahren gegen ihn zu beenden. Die Partei schuldet ihm kein Ausschlussverfahren, sondern Anerkennung und Dank, weil er ganz entscheidenden Anteil am Aft erfolgt bei der Bundestagswahl habe, sagte der baden-württembergische Landeschef Ralf Oetzkarat im Spiegel. Auch sein Kollege aus Sachsen-Anhalt, Andere Pockenburg, ein vertrauter Höckes und Gegner des Ausschlussverfahrens, sagte, es wäre das Beste für alle Beteiligten, diese Zerreißprobe für die Aft dann zu beenden. Das Nachrichtenmagazin berichtete von Mitgliedern der Parteispitze, die befürchteten, dass Höcke für den Bundesverstand kandidieren und gewählt werden könnte und dann viele gemäßigte Mitglieder austreten könnten. Diese Spitzenleute planten einen Handel mit Höcke, bei einem Kandidaturverzicht eine Beendigung des Ausschlussverfahrens. Es ist für den Frieden in der Aft besser, wenn Höcke erst nach einer Ruhepause von zwei Jahren in die Parteispitze vordringen würde, zitierte das Magazin ein anonymes Vorstandsmitglied. Pockenburg, der auch im Vorstand sitzt, hält eine solche Absprache aber für überflüssig, das Verfahren gegen Höcke ist ohnehin aussichtslos, sagte er. Höcke wäre für den Bundesvorstand ein enormer Gewinn. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.